Ja Leute, Marc Bellinghaus, ich hätte eine Frage an euch. Kennt jemand vielleicht diesen Künstler? Der heißt Anizio Novais. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es ist anscheinend ein Franzose oder ich habe im Internet ein klein wenig drüber gefunden. Er hat eine sehr, sehr interessante Skulptur, einen VW Käfer hier gemacht. Ich glaube, ihr könnt es sehen, das ist eine Unterschrift. Und diese Unterschrift ist auch hier auf dieser Figur im Internet. Also das müsste schon das Gleiche sein. Ich bin da am Recherchieren und das ist auch ein Stein. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier ein, ja, ob das vielleicht Jade ist. Wenn das Jade wäre, wäre das ja ganz schön, ganz schön teuer. Ja, aber es ist sehr, sehr schön im Detail gearbeitet. Ich habe den schon ewig lang.